Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Loll, was muss ich denn machen, Alter? Ich muss den doch bloß töten, oder? Du kriegst mich, Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Hm. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Wo ist denn der Bastard jetzt? Da ist der. Lass mal ein bisschen speichern hier. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerraum. Tarnfeld aktiviert. Ach komm schon. Maximale Panzerraum. Maximale Stärke. Ich bring dich um. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerraum. Maximale Panzerraum. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerraum. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerraum. Tarnfeld aktiviert. 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 Ich bin nicht taub. Ich steh genau neben mir. Ja, ich stürze dir alles ein. Miss Rosenthal, wir müssen hier raus. Ich glaube, es gibt einen Weg nach oben. Kommen Sie. Wer sind Sie? US Special Forces. Mein Vater. Er war an der Austrabungsstätte. Alter, ich komm mir so klein vor grad. Er hat es nicht geschafft. Tut mir leid. Das hatte ich befürchtet. Speichert. Okay, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich komm runter. Huh. Kommt vielleicht uns einer jetzt retten? Es öffnet sich. Wir können nicht weiter runter, No Man. Die Höhle stürzt ein. Kommen Sie bis an die Kante. Sie werden springen müssen. Springen Sie, Lady. Ich fang Sie auf. Okay. Festhalten. Oh mein Gott. Ich hab so ne Angst. Der ganze verdammte Berg stürzt ein. Wir können Sie da nicht mehr rausholen. Sie können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben sein Signal. Nomad, finden Sie einen anderen Ausgang. Dann sammeln wir Sie ein. Ja, natürlich. Äh. Na toll. Na toll. Korrrr. Auf deutsch gesagt. Der Kerl. Was geht da verdammt gleich nochmal ab, ey. Ja. 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 Wir brauchen ein paar Leute, die Sie da rausholen. Das könnte Stunden dauern. Ich versuche mich durch die Höhle durchzuschlagen. Wie Sie meinen, Nomad. Weil wenn ich Sie wäre, würde ich möglichst viel Munition mitnehmen. Wir haben keine Ahnung, was Sie da drin erwartet. Ja. Panzer! Charmfeld aktiviert. Nomad, wir verlieren Ihr Video-Signal. Hören Sie mich! Energie kritisch. Morcher die Verbindung reißt ab. Hören Sie mich! Optik! Morcher hören Sie mich! Ich versuche, mein Videosignal zu verstärken. Ich hoffe, ihr Jungs empfangt das. Ich beschreibe jetzt, was ich sehe. Ich bin in einem Tunnel, einer Höhle. Sieht aus wie kristalliner Fels, aber strukturierter. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist dunkel, kalt, unglaublich kalt. Die Mauern sind unentwürdig, genau wie die äußere Hölle. Sieht fast organisch aus. Ich hoffe, dass ihr Jungs das seht. Boah, das macht mir selbst gerade Angst, Alter. Also ich mag ja... Ops. Äh. Ich habe ja... Äh. Da bewegt sich was. Scheiße, das ist das Ding, das Profit erledigt. Also, äh. Äh. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ich mag keine Horrorfilme. Und wenn es schon so ein bisschen gruselt, dann kommt bei mir Gänsehaut drüber, ey. Wirklich, Leute. Also, ich mag Crysis. Komm, geh auf. Nein, 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 nein. Ich versuche mich mit den Boostern zu stabilisieren, aber... Das kann ein Weilchen dauern. Wie geht das? Ach, da lang. Ist schon scheiße, wenn man keinen Radar hat. Verdammt, was zum Teufel war das? Ah. Es ist, als würde mich irgendeine Strömung zurücktreiben. Ich muss gegen den Strom ankämpfen. Boah, es ist spannend, Alter. Richtig geil, also ich hab's noch nie... Boah, was war das? Ich bin hier nicht allein. Tarnfeld, aktiviert. Maximale Panzerung. Ist voll lang? Boah, nee, echt, ey. Das ist so hart für mich, das ist zu scheiße für mein Herz, Mann. Ich will jetzt nicht schon Exitus gehen. Das hat mich getroffen. Tarnfeld, aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld, aktiviert. Verdammt, die Strömung wird stärker. Sie muss von diesen Maschinen erzeugt werden. Mal sehen, ob ich den Strom abschalten kann. Maximale Panzerung. Tarnfeld, aktiviert. Boah, also das war mein Schatten. Boah. Energie kritisch. Speichern. Leute, echt, ey. Maximale Panzerung. Was ist das, verdammt? Ich kann da nicht reinfliegen. Boah, echt, ey. Das ist ja... Was ist das, verdammt? Weiß das Ding etwa, dass wir hier sind? Hier wird doch irgendwo bestimmt Profit sein. Wo lang, da lang, hier lang. 그렇게 quiere'stun. Was ist das? Was ist das? 能 lösen? Was ist das Ding Buenos Ischret? da war das Licht aus. Doch nicht. Hey Leute, das ist verdammter Shit, man. Das ist noch besser als Kiffen. Also, top. Möglich, gell. Scheiße hier. Total gespannt und so, deswegen rede ich auch nicht so viel. Also, es geht vor sich hier ab, man. Also, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt sind wir unter dem Ding. Ich glaube, sie verfolgen mich. Ich muss hier raus. Schnell. Tarnfeld aktiviert. Das sieht nach einem Ausgang aus, aber die Strömung treibt mich zurück. Hier muss irgendwo eine Energiequelle sein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.